Was wäre, wenn wir unser Leben von vorn leben könnten? Wieder und wieder und wieder. Das sind drei der besten Wörter auf der ganzen Welt, um einen Satz anzufangen. Was wäre, wenn... Glaubst du, dass du schon mal auf der Welt warst? Sie hat den sechsten Sinn! Vermeide diese Art von dunklen Gedanken um jeden Preis. Ein neurologisches Problem, das dich glauben lässt, du würdest manche Erfahrungen wiederholen. Dann sterbe ich also nicht wirklich und werde wiedergeboren? Das ist das Schöne an der Zeit, nicht wahr? Je mehr davon vergeht, desto besser wird diese verrückte Welt. Was wäre dein Plan für das nächste Leben? Vielleicht bleibe ich doch lieber ich selbst. Aber dann mache ich vieles besser. Das ist mir eigentlich nicht so gut. Und dann können wir uns mit vielen Köpflegen oder in deinem Mädchenуры nichtكم Runan Interessant memberschen. Vielen Dank.